Erf statt ungewohnte Lehre herrschte am Dienstag auf den Gängen und in den Klassenzimmern des Wille-Gymnasiums und der unmittelbar benachbarten Gottfried-Kinkel-Realschule in Liebler. Angesichts der Androhung eines Amoklaufes für diesen Tag hatten es beide Einrichtungen den Eltern freigestellt, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder es zu Hause zu lassen. Einlasskontrolle durch die Polizei, das könnte sie auch interessieren, der überwiegende Teil der Schüler blieb schließlich dem Unterricht fern. Nach Angaben der Polizei kamen lediglich 52 der mehr als 900 Gymnasiasten und 35 der rund 600 Realschüler. Wer an diesem Morgen in die Schulgebäude wollte, musste sich einer Einlasskontrolle durch die Polizei unterziehen, die mit uniformierten und inzivil gekleideten Beamten vor Ort war und auch Polizeihunde einsetzte. Auch Mitglieder des Lehrerkollegiums haben heute den Einlass der Schüler mit im Auge gehabt, erklärte Alexandra Tisatzik, Schulleiterin des Wille-Gymnasiums. In den Herbstferien angekündigt nach ihren Angaben verlief alles ruhig. Ob die groß angelegte und bereits während der Herbstferien angekündigte Aktion neue Erkenntnisse über die Herkunft der Drohung gebracht hat, wollte die Polizei nicht mitteilen. Auch über Form und genauen Inhalt der Drohung ließen die ermittelnden Behörden und die Schulleitung nichts Neues verlauten. Damit ist weiterhin lediglich klar, dass der Sachverhalt bereits am 13. Oktober zur Anzeige gebracht wurde. Kurz darauf informierten beide Einrichtungen dann die Eltern der Schüler, die schließlich am besagten Tag großenteils zu Hause blieben. Das Lehrerkollegium musste hingegen am Dienstag wie gewohnt erscheinen. Ungutes Gefühl Tisatzik hatte sich noch am Vortag darum bemüht, Ruhe auszustrahlen und erklärt, unsere Schule wird dank der Polizei ein sehr sicherer Ort sein. Dennoch gestand sie, auch bei ihr bleibe ein ungutes Gefühl. Schließlich habe sie in rund 20 Dienstenjahren nichts Vergleichbares erlebt. Bereits am Mittwoch soll dennoch der Schritt zurück in den gewohnten Schulalltag gelingen. Genau wie gestern ein normaler Schultag war, wird auch morgen ein normaler Schultag werden, erklärte Tisatzik. Sicherlich werde es aber eine Nachbereitung des heutigen Tages mit dem Krisenteam der Schule geben. Laut Polizei wird zudem der zuständige Bezirksbeamte vor Ort sein und der Streifendienst in der Umgebung der beiden Schulen intensiviert werden. Erft statt der Mann leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Inhalt teilen URL zum Kopieren Die kleinste Glocke der Borakirche hat einen Riss und muss zur Reparatur. Inhalt teilen den Eltern ist freigestellt, ob sie ihre Kinder am Dienstag zur Schule schicken. Inhalt teilen Kulturhaus habe schon vor zweieinhalb Jahren angefangen, nach Nachfolgern zu suchen. Inhalt teilen Neues Stück der Theatergruppe Erblief Erb feiert im Bürgersaal Premiere Inhalt teilen Erftstadt Über 2000 Besucher kamen zur größten Fußballbörse Europas. Inhalt teilen URL Zum Kopieren Erftstadt Seit vier Wochen ist der Wagen nicht bewegt worden. Inhalt teilen URL Zum Kopieren Erftstadt Inhalt teilen URL Zum Kopieren Die Täter konnten nach dem Unfall flüchten. Inhalt teilen Weltoffenheit und der Einsatz für Integration werden großgeschrieben. Inhalt teilen Viele Bewohner waren für Stunden ohne Strom. Inhalt teilen Errichtung von Umkleideräumen und Tribünen am Weißweiler Sportpark Inhalt teilen Hier finden Sie alle Ausflugsziele unserer Serie zum Herunterladen. Inhalt teilen Hier finden Sie alle Ausflugsziele unserer Serie zum Herunterladen. Inhalt teilen Erftstadt Erftstadt Dem Kreis bleiben noch 15 Monate für den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur. Inhalt teilen URL Zum Kopieren Erftstadt Vorschlag für Neubau des Lechenlicher Schulzentrums auf benachbartem Sportplatz. Inhalt teilen URL Zum Kopieren Aufbau des Lechenlichen Schulzentrums auf benachbartem Sportplatz. Aufbau des Lechenlichen Schulzentrums auf benachbartem Sportplatz. Inhalt teilen URL Aufbau des Lechenlichen Schulzentrums auf benachbartem Sportplatz.